In der rasanten Dynamik unserer Zeit liegt eine ungebändigte Kraft, die Macht, die digitale und reale Welten miteinander verwebt. Soziale Medien und Employer Branding. Der Fachkräftemangel macht den Mittelstand extrem zu schaffen. Und dabei ist es essentiell, nicht nur sichtbar, sondern unverkennbar und unvergesslich zu sein als der bevorzugte Arbeitgeber, als der Marktführer ihrer Region. Eure Mission, solltet ihr sie annehmen, ist die Transformation eures Unternehmens durch unser beispielloses Masterclass-Programm. Eine Reise, die euch von der bloßen Verwaltung zu Waren meistern, eures Instagram-Accounts, eurem Außenauftrittes und der Online-Wahrnehmung macht. Ja, das Ziel der Masterclass ist es, dass mittelständische Unternehmen, die die Kapazitäten intern haben, auch wirklich das Social Media Marketing und das Employer Branding intern aufbauen können, einen starken Partner an der Seite haben und über zwölf Monate hinweg gemeinsam das Marketing und Employer Branding auf dem Modell entstand bringen, sodass junge, motivierte Talente auch wirklich ins Unternehmen kommen wollen. Die Masterclass ist in verschiedene Module aufgeteilt. Wir haben extra die verschiedenen Experten auf den Bereichen Social Media Marketing, Employer Branding, Corporate Influencing und vieles weitere, unter anderem auch KI, wie man das Ganze aufbauen kann in den Unternehmen, mit dem Ziel, die Arbeitgebermarke ganzheitlich zu stärken und letztendlich zum bevorzugten Arbeitgeber der Region zu werden. Dazu haben wir natürlich unser ganzes Wissen, was wir tagtäglich in unserer Arbeit haben, in Form von Checklisten und Vorlagen definiert, sodass wir das auch mit an die Hand geben und hier ganzheitlich mit den wöchentlichen Live-Calls zusammen 1 zu 1 Betreuung haben und tagtäglich im Austausch gemeinsam sind, sodass hier wirklich der moderne Arbeitgeber geformt wird. Das Ganze kann natürlich auch perfekt als Azubi-Projekt aufgebaut werden, dass die Azubis den Instagram-Account begleitend aufbauen und wir wirklich als Experten an die Azubis herantreten, wir wöchentlich mit denen im Austausch sind und die ihren eigenen Azubi-Account machen, um die Inhalte dann weiteren potenziellen neuen Azubis und Jugendtalenten an die Hand zu geben, sodass sie dann auch wirklich Insights sehen und für die Azubis über 12 Monate wirklich an die Hand nehmen und intern dann auch wirklich keine Ressourcen verschwendet werden. Genau das ist auch das, was die Teilnehmenden dann auch wirklich bestätigen und sagen, was denen so gut gefällt, ist gerade diese Individualität, dass wir eben da sind, dass sie einen starken Partner an der Seite haben und wir natürlich dann auch auf Trends, auf aktuelle Themen eingehen, die auf den Plattformen sind, sodass man aktuelle Themen auch immer mitbekommt und wir auch einen schönen Austausch in den Gruppen haben, sodass hier auch gegenseitig profitiert werden kann. Bis zum nächsten Mal.